Hey ho Leute, ich hab's ja gerade im letzten Part noch vielleicht am Ende gemerkt. Blutmund! Yay! Gerade wo ich den Part beendet hab. Nein! 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 Wir hatten doch erst vor kurzem einen Blutmund, gell? Die lieben uns eben. What the hell? Und das war erst vor zwei Parts. Und... Da wo wir die zwei Augen besiegt haben. Da hell. Blutmund-Überraschung. Hey, ich hab aber einen korrupten Hasen zerstört und jetzt hab ich einen Hasenschädel. Jetzt schaue ich aus wie der Bunnyman. Ja. Kennst du den Film? Ja. Ist doch so ein schlecht gemachter Horrorfilm, aber der hat doch auch so ne Hasenmaske auf. Und jetzt schaue ich genauso aus wie der da. Werde ich gleich sehen. Ja. Warte, ich tu mal einen Glowstick irgendwo vor meiner Nase. Oh ja, ich schaue wirklich so aus. Hilfe! Ein paar Augen und so. Überlebst du das eigentlich? Ja. Du hast ins Mikro geflotzt. Ja, hab ich gerade gemerkt. Ich hab's ins Mikro-Fon gespuckt. Hm. Omnomnomnomnomnom. Einmal ablenken und weiter. Okay, ich bin da. Ich hab schon keinen Bock mehr hier zu sein, ey. 22 Schaden, das ist doch wenig. Äh, du bist gleich tot. Ja, das sehe ich auch gerade. Du bist jetzt gleich tot. Du bist tot. Junge, äh, Alter. Drei von diesen, äh, äh, Soul-Eater oder wie die heißen da? Soul-Eater, Eater-Souls. Soul-Eater, Soul-Eater. Soul-Eater ist doch dieses Anime. Ja, ja. Aber geiles Anime, ohne Scheiß. Ich mag das. Ja, das setze ich so meinen Geschmack. Ja, mein schon. Besonders mit Doktor Stein. Alter, hier sind fünf... ...die saugen da, Dingerbummer, Dummerlummer. Sagst du das, äh, wenn du in der Nähe korrupt bist? Ja, ja, ja. Dass du den liebens dann losgehen kannst. Hier sind doch nur ungefähr... Verdammt, die kriegen die Tür auf, hab ich gerade vergessen. Ja, natürlich. Alter, lass ihn nicht ins Haus. Alter, wir sind Fommis. Tu einfach vor den, äh, Haustüren einfach, äh, immer einen Block, äh, ähm, Müll dagegen, wollte ich gerade sagen. Ähm, was für ein Block? Äh, Dirtblock oder so. Verdammt, ich komm hier nicht mehr raus. Alter, wie viele Zombies? Zehn Stück. Ach, ist doch wenig. Mein Gott, ich bin wieder so dumm, Alter. Ich hab doch einen Enterhaken. Alter, drei Augen und, äh, sechs Zombies. Oh, nice. Ich könnte mich eigentlich auch umbringen lassen. Dann bin ich schneller bei dir. Bringt mir aber recht wenig. Nein, ich denke Guide. Wie heißt der eigentlich? Äh, der Guide heißt bei uns... äh, Garrett. Toller Name. Ich lass den jetzt einfach ins Haus. Nein! Spürst du? Wir brauchen die Idioten, alle. Ja, ich verteile ich's wieder. Äh, uh. Aus einem Zombie kommen fünf Zombies raus. Fuck logic. Ernsthaft. Okay, mich verfolgen, mir verfolgen. Mir verfolgen voll viele. Ich schmeiß so einen korrupten Fisch einfach raus. Alter, der kann hochspringen. Der ist einfach wieder nach oben gesprungen. Ich hab nämlich runter vom Hügel geschmissen. Mein Gott. Der kann flying. Corrupted Fisch. Learn fly. Jo. Alter, was wollen die Augen von mir? Die penetrieren mich voll. Ich werde von Augen penetriert. Oh, das klingt ekelhaft. Äh. Alter, wie viele Augen und... Oh Gott. Man muss das mal bei mir sehen. Das ist aber ein riesen Vorteil. Weil jetzt könnten wir jetzt sogar wieder einen, äh, so einen riesen Cthulhu-Schuckelbus-Boss machen. Äh, ich hab doch schon irgendwie... die vier Linsen. Jaja, ich hab jetzt schon fünf. Und wir in der Kiste haben wir, glaub ich, auch schon über zehn. Ey, kann ich mir bitte, äh, den Rest der... Eisenrüstung machen? Ne, ne, warte, ich geb dir dann gleich was. Weil, ernsthaft, ich kriege übelste Schaden, ey. Ja, ich kann dir gleich... Äh, wir können uns gleich die Rüstung buggen. Weil ich hab ja, äh, die eine Rüstung, und dann kann ich sie dir auch geben. Äh, äh. Oder hast du den Part mit Head... äh, mit Headbreaker... Mit Monster mir nicht angeschaut, da wo wir... Ach, hab ich, aber ganz vergessen. Ja, da kann man ja auch Rüstung buggen. Lasst, äh, den Guide in Ruhe. Oh, du hast noch zwölf Leben. Ich bin stolz auf dich. Ich hab doch nur 2000 Zombies hier getötet, ne halbe Armee. Du, danke, dieser Zombie hat mir Fallschaden weggenommen. Das ist gut. Ja? Ja. Er wurde auf sieben verringert, der Fallschaden. Okay. Ah, ich bin gleich bei dir. Nur noch 4000 Fuß. Ne, ohne Schmarrn ist ja gleich. Ich bin eigentlich relativ schnell jetzt unterwegs. Ich hab doch noch ein bisschen Geld durch... ...33 Silbermünzen. Wie viel hab ich? Ach, ein Gold. Ja, wenn man sich gerade überdenkt, ich töte die ganze Zeit hier Zombies. Ja, und ich muss unterwegs auch noch welche töten. Und auch noch äh... Alter, was ist das denn, Armee? Nee. Nein, da ist noch ne Linse. Ich brauch sie. Mini Schuckelbuss. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Zombies das waren. Wird ich auch nicht wissen. Wenn die gleichen Stückchen immer da bleiben würden, ey, Alter. Das wär ne... Das wär ein Haufen. Das wär ein Korps-Haufen. Äh, ein Korps-Haufen. Ah, warte mal. Copy, hast du... Sorry, Leute. Ja, ja, kein Problem. Ich kann's ja auch, äh, bei mir muten also. Oder nimm's da auch auf. Nein, ich nimm nicht auf. Ja, also, ich kann's dann bei mir muten mit dem Terraria Sound. Ich hab ja auch dabei nix gelabert. Ja, meine Mom kommt einfach hier so rein. Ah, cool, da ist einer mit nem Zylinder. Oh nein, ich wollte nen Zylinder haben. Dann kriegst du den Bunny-Schädel. Dann schaust du aus wie ein Massenmörder. Okay. Yay. Ich bin ja... Dann bist du Zombie nicht für Arme. Nein, dann bist du einfach nur Headbreaker mit nem Zylinder. Okay, ich hab hier nen Top-Head. Yay. Und bin tot. Die epischen zwei bei Zombie. Was? Was removed from. Alter, du wurdest von der Welt entfernt. Super. Oh fuck. Ich komm rein, sofort 10.000 Zombies hinterher. Überraschung. Da stand sogar. Es ist Raping-Time. Ich glaub es 6, 7 Zombies waren das. Sind auch nur ein paar. Ja. Ich bin auch so schlau, oder? Ja. Jetzt merke ich erst, dass ich im letzten Part ja auch schon diesen komischen Haken hatte. Ich hätte mich von der Höhle nicht einfach mit diesen blöden Erdblöcken wieder nach oben holen müssen, sondern einfach mit dem blöden Enterhaken. Ja. Aber ich bin schon wieder in der Corruption, also ich komm dann gleich wieder. Ach ja. Ähm. Eine Frage ist, sollen wir mal dann Offscreen-Mineralien suchen oder auch mit denen zusammen, weil es könnte ja irgendwas Aufregendes passieren und eigentlich ist das ja gut. Äh. Das ist mir eigentlich egal, also. Dann machen wir Mineralsuche mit denen. Ey, ich glaub da bist du gestorben, ich hab ein bisschen Silber und, äh, Copper gefunden. Äh, das war ich dann. Oder ein Zombie, den ich noch getötet hab. Äh, ich glaub nicht, dass ein Zombie über 20 Silber droppt. Okay, das war ich dann. Außer du bist ein korrupter Zombie. Ja, na klar, weißt du. Äh, hier, drei Augen beobachten mich. Ähm, mich verfolgen irgendwie paar Eater of Souls. Ah, jetzt nicht mehr. Ah, doch, jetzt nicht mehr. Screenshot. Jetzt hab ich Screenshot gemacht. Fünf Augen, die mich beobachten. Ja, äh, ich kann gut Deutsch. Ich sag statt großer Greaser. Ja, alter, voll der Greaser. Tja, ich sag nur Elektro-Nigger. Hahaha. Elektro-Nigger, oder wie wär's? Ein Niggerchen halten, ein Niggerchen halten. Oh Gott. Ach, hau ab. Verpiss dich, ich will dich nie wieder sehen hier. Verpiss. Bup. Ist schon durch. Alter. Fuck, fuck ey. Yolo. 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 Alter, ich hab alles getötet. Ich hab alles getötet. Ich hätt auch einen Screenshot machen müssen von den anderen. Oh fuck. Alter, mal über 20ciones und sechs Augen. Woah. Woah. Och toll, jetzt ist Tag. Haha. Die Augen töten gerade die Dinger hier. Ähm, okay. Ich besiegt's. Ich, äh, ja. Wir haben ein Haustier, ein Zombie. Cool. Äh, ja. Du wirst gleich lachen, was ich mitbringe. Ich hab auch ein Haustier mitgebracht. Ja? Ja. Du musst ihn am Leben lassen. Weißt du, dass man bei der Xbox-Version von Terraria wirklich Haustiere hat? Die sogar kämpfen können. Ja, da kannst du ja, also in der neuen Version von Terraria, die kommt ja bald raus, da kannst du so ein, äh, hier, Eater of Souls, äh, so ein kleines Haustier haben. Ja, er ist ja bei Xbox auch. Das ist voll chillig. Beziehungsweise ein Hasen und, äh, so diese von Sumpfgebiet. Da, mein Haustier. Alter, mach mir keinen Schaden. Nicht beißen. Was hab ich dir grad beigebracht? Nicht beißen. Boah, der hört nicht auf mich. Lern amputieren. Lern amputieren. Hol den Stock. Genau, hol den Stock. Hol den Stock. Brav. Und jetzt komm. Komm zu uns nach Hause. Ja, schau, ich bin ein Massenmörder. Komm zu uns nach Hause. Ja, komm. Komm rein. Jetzt komm ich durch. Ja, ganz so brav. Warte, tauschen mal eben. Ich will ein Massenmörder sein. Ja. Äh, nein, ich will nicht mit der Laban. Alter. Nein! Gib mir mein Schwert. Du Penner. Hört voll. Kommst du? Alter, jetzt schau ich irgendwie schwul aus. Ich hab nämlich rote Haare. Warte. Mit dem, mit dem Hut schaut's irgendwie schwul aus, weil ich hab solche Haare. Ja, kriegst du Brille. Bin ich auch noch die ganze Zeit dabei. Na ja, sagst du erst da an. Yeah! Oh, der schaut geil aus. Ich schau aus wie so eine billige Version von Sonic. Da ist Silber. Da bin ich gestorben. Da ist ein Vogel und ein Hase. Töten! Los, töten. Ich bin ja der Massenmörder. Ähm. Wollen wir jetzt neue Rüstung machen oder nicht? Ja, warte. Ich töte das Viech, ne? Wie kannst du es wagen, mich töten zu wollen? Was hab ich dir angetan? Fäck dich. Vogel, fäck dich. Biebvogel, bieb dich. Ja, äh. Da musst du immer so ein Zinsierzuhn drauf. So oft werd ich das nicht machen, ne. Ein paar Tagen davon nur. Biebbibibibibibibibibibi. Ah, Kopfschmerzen. Warte, was hab ich eigentlich für ne Rüstung? Iron und wir haben Silber. What the hell? Epileptischer Anfall. Warte, ich hab 69 Silberbarren. Wie viel brauchen wir für ne Rüstung? Das sieht doch irgendwie voll geil aus, oder? 75. 70. Wir brauchen noch 6 Silberbarren. 6. Verdammt. Auf in die Höhle, leh. Ey, magst du ein Trident? Also ein Tridsack? Ich hab schon einen. Aha. Ja, ja, den... Ho, 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 ho. Hust, Hust aus deiner Welt, Hust, Hust. Er hat dich schon immer dabei. Ja, klar, in der Hosentasche. Klar. Du schaust so aus. Schaut dir aus, als würdest du es aus deinem Hinterteil rausziehen. Kommst du? Die Tür kann es nicht so machen. Zufällig noch? Ja, Hülle. Den wach ich zu, aber den hinten nicht. Ich schau irgendwie geil aus. Ich bin voll der Massenmörder. Ja, was soll ich sagen? Schau geil aus. Bitches love Googles. Die told me I can be everything, so I became a Squirtle. Squirtle. Da, hier, fang. Ich muss auf Toilette. Oh, nee, oder? Ah, also. What the fuck? Ja, wir müssen sowieso Party jetzt passieren. Dann machen wir jetzt eine kurze Pause. Also, bis bald, Leute. Tschüss. Tschüss.